Jo Leute, Pugwecker Fireworks und der Silvesterkanal heute mal wieder am Start für euch hier. Heute haben wir mal ein richtig fettes, schönes Batteriesortiment am Start für euch und zwar das Symphony of Stars von Diamond. Hier sind vier schöne Batterien dabei und zwar hier einmal die Hot von Diamond, dann hier die Jubilä, dann hier die Saturn und hier anscheinend eine ohne Namen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir den Namen noch, aber das finden wir jetzt hier und viel Spaß. So Leute, kleiner Nachtrag hier. Diese Batterie hier ist die Phoenix. Haben wir doch noch einen Namen gefunden. Wie gesagt, hauen wir jetzt weg das Set. Los geht's hier aus diesem schönen Sortiment mit der Hot-Batterie. Ich schätze mal, dass es eine Leuchtkubelbatterie wird. Genau, mit Goldkometen steht auch drauf. 20 Sekunden Brenndauer, 48 Schuss. Viel Spaß. So, weiter geht's hier mit der Jubilä von Diamond Feuerwerk. Aus dem Set kommt jetzt hier. Die Saturn 25 Schuss-Batterie von Diamond natürlich. Hoffentlich mit der Lege. Die war richtig gut. Ja, richtig geil. Absoluter Empfehlung. Und als letztes aus dem Set. Jetzt finden wir hier die schöne Phoenix-Batterie mit 36 Schuss. Bis zum nächsten Mal. Hammer, die kleinen Wörter. Ja, richtig geil.